total mies die sache selbst wenn das nur ein wäre dann würde ich ja sagen dass es immer selten was man kaum rausbekommt dass das kann ich dann verstehen aber dass das so massenweise da da ist auch nicht cobalt 44 stücker die habe ich schon mal rausbekommen ob die quests haben wir sogar cobalt aber wir haben die 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 ... 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 Einfach mal vielleicht auch die ganzen Erste und so, die wir noch haben, einfach mal reinschmeißen und gucken, was rauskommt. Ja, ich nehme mir gerade schon so ein bisschen Zeug raus. Ach, falsche Etage. Ich kann den Hebel denken, die ich hier dran schließe noch. Ab und anscheiden können. So. Hier haben wir noch das gehabt. Hier haben wir noch Ironblöcke. Vielleicht ist da ja noch was runter. Nein, Iron ist Iron. Nein, ich habe gesagt, vielleicht ist da noch was unter. Welche Ironblöcke gerade finde. Boah. Nein, Iron ist Iron. Ich bin Flash. Ich laber nur Scheiße. Aua. Oh, das war Hass. Nein, doch nicht. Oh, ich habe so viel Schaden gehabt bekommen. Ja. Mich würde interessieren, wo die Zombie-Statue ist. Weiß ich nicht. Ich weiß ich nicht. Oh, dass du keine Ahnung hast, ist ja klar. Das ist ja nichts Neues. Da wird es dann auch raus. Okay. So, noch Redstone-Blöcke. 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 Noch schneller, kleiner Freund. Wenn man dann schon wieder... Da wird 36 Minuten. Also ich würde jetzt sagen, Windows jetzt da irgendwie was, dass wir jetzt noch ein paar Minuten was gucken. Aber sonst. Ich verwerf gerade einfach ein bisschen Material in die Maschinen. Hm. Vielleicht kriegt man aus irgendwas die ganzen Dinger ja noch raus. Das muss ja funktionieren. Andi, um ja eine Quest mache ich, gucke ich halt, wie viele ich da noch schaffe. Meistens bestimmt einfach nur zum Rumprobieren da. Ja, vieles sind Fusion-Reaktor, aber die Quest findet das ja auch, beziehungsweise die Wiki findet das ja auch noch nicht mal. Hm. Du musst irgendwie mit dem Fusion-Reaktor machen, aber den Mod kenne ich, wie gesagt, auch kaum. Er hat nur Anfangsspratz gemacht, weil du aus allen Sachen Essen hersteller konnte, oder unendlich Eisen. Sieht man ja. Eisen da jetzt über... Bun. Ah, die. Guck, ich müsste jetzt schon wieder Emerald-Blocke zerstören. Und wer Emeralds... Ja, wozu kommt man denn da rein? Es muss doch einen Grund haben, dass man hier reinkommt. Emeralds zerstören. Ja, woher hochzulaufen. Ja, halt. Ja, um da reinzukommen, okay. Sonst gibt es hier wahrscheinlich nichts mehr drin. Aber alle Disketten haben wir ja auch jetzt. Ah, ja, alle Disketten sind unten. Das letzte war die End. Ne, Nightmare glaube ich sogar. Weiß ich nicht. Gegen eins ist auf jeden Fall gewesen. Nö. Niko weg. Niko, Niko, Niko. Na gut, Feroz. Feroz reinschmeißen. Eine kann ich jetzt doch so gerade weg machen, weil ich alles verbrauche. Mhm. Und dann schwindet Emeralds habe ich jetzt aus. 20 Emeralds hatten wir. Sag mal, nur noch 4. Ist ja egal. Nickel. Ne. Feroz. Da hier. Ne. Mal, wenn man das ganze ME-System anschließt und da unten alles reinwerfen. Also sagt, keine Items mehr. Machen wir mal das Feroz durch hier. Zuck. Ah, das war uns. Haben wir. Ich guck mal nochmal kurz was nach. Okay, das kann ich jetzt. Okay, Google. Schauen wir mal. Ob du was zu sagst für den letzten Zeug. Ah, Fusion Reaktor. Oh, du hast ja noch nie verraten. Hey! 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 Ach mann. Ok. Weltflach, guck, jetzt hab ich von... Jetzt hab ich die Quest fast fertig. Nur mir fehlt ein Teil. Bei dem nächsten auch fehlt auch ein Teil. Hätte das eigentlich auch sein können, dass man das ME-System generell bei dem Bildschirm anschließen hätte müssen? Bei dem Alchemie soll ich alles anschließen müssen? Ne, generell. Boah. Ich glaube nicht. Das wäre zu Hardcore gewesen. Hä? Hätte sie es vielleicht anbauen. Was ist das? Wo hast du denn die Zombie-Trophäe? Wir haben die schon. Wir haben die schon. Wir haben die. Die war oben da, wo das Nether-Portal ist. Drin. Hä? Hat die irgendeiner mal im Inventar gehabt? Ich bin der Meinung, ich hab die da auch geholt gehabt. Ja, wo ist die dann? Nein. Aber die ist ja auch noch nicht mal protected. Ja, ich weiß. Oh nein. Nein. Also wir haben schon das System so gehört, dass wir den Ender besser weitermachen konnten zu Ende. Jetzt fehlt einfach eine Trophäe. Wir haben die hier. Und Abschau gesucht. Hm? Abschau gesucht. Ja. Mhm. Egal, ich guck nochmal zu. Oder hatte die vielleicht Black sogar in den Inventar? Nee, das glaube ich nicht. Ja, Black ist geläftet mit Sachen im Inventar. Ja. Ja, aber das glaube ich nicht so an. Genauso wie Dede. Ja, aber dann wär's vielleicht protected. Aber der wäre dennoch protected gewesen. Nee. Du hättest zum Manuel Zapp machen müssen. Nee. Bin auch der Meinung, dass du das im Ding hattest. Aber das habe ich mir auch nicht. Böck. Ausschmeißen, dann kann man das für querfinieren. Ja, leider meine Freunde. So. Dann werden wir die jetzt auch haben. Ich musste grad mal mehr Trophäen setzen, dass der Zombie auftaucht. Ja, wir hatten. Hä? Hast du jetzt einfach geholt, oder was? Jo. Hast du aber protected, ne? Damit ich jetzt nicht extra... Ja. Aber wir hatten die nämlich. Ja gut, du hast... Du hast... Gegoogelt, ne? Wo sie ist. Ich hab mir ein Video angeschaut. Ja. So. Dann haben wir die nämlich auch. Kann sein, dass ich die... Oder ich hatte die noch in einem Inventar und da bin ich vom Server runter. Ja. Dann war ich vom Server weg. Aber Magma Slime hatten wir auch. Ja, die ist ja protected. Ja. Ich will die da aber hinstellen noch. Dann protected. Mag... Ach ne. Guck auf. Aua. Shit. Trophy. Mal gucken, wieviel Trophäen ich stellen muss, dass die kommt. So, du musst sie erst aussuchen. Das machst du schon. Was denn? Das hier. Moment. Hup. Auch falsche. Komma. Trophäenparade. Das hier. Hast du doch. Ja. Ja. Ups. Ach, die macht nicht... Nee. Oh nein Bist du blöd Aber ich hab ja den Das ist ein super Ding Wo man da bauen kann Okay Die braune Wolle Die hat mir auch die faulen braune Wolle Die angezeigt? Ja Jetzt fehlt eigentlich nur blau und orange und pink Ich kann einfach pinke und orange und blaue Wolle machen Ja Und sie da hinstellen Fertig Ja aber wir müssen die finden eigentlich Ah wo ist sie? Weiß auch kein Mensch Vielleicht noch irgendwo in den ganzen Dimensionen versteckt Das wir manche nämlich gar nicht haben Warte mal Ich probier mal was Ähm Was beim suchen Was und viel Glück Ja gut die Drums die füllen sich ja automatisch Mittlerweile so langsam Ja Ja aber nur so langsam Das dauert jetzt noch nicht Ich guck gerade Mal was Mhhhh Hmm kommt was das ist 81.000 heftig so hat mein gott das sind sogar mehr das sind 43 millionen cobblestone wo soll man so viel herbekommen dazu ist es eine ender quer wieder auf und so eine ender der menschen wie die heißt da gab es uns halleluja jetzt solche haben warum kann ich dich nicht hauen gerade im gamut bin ja wahrscheinlich weil ich da mal die ganzen dailies machen machte was nur welche ist immer für künstler ein als die billions oder poliens pulleins was haben wir so ein stack der kassel ist glaube ich also noch für daily abschließen können war das denn den fahrern ja pay to win also benennen kannst du den nicht dass das geht aber zum pack geholt noch mal pack oh